machst du jetzt eine lobby auf oder ich mach du mach du ruhig auf neuen raum einstellungen laden einstellungen speichern raum modus training rennen training qualifier wollen jetzt noch mal training lang strecken können zugang da und text name text name das ist doch was ist doof ja ich muss ja für eine trophy 92 sie haben aber das geile ich jetzt nicht absiegt das heißt ich muss richtige online sieger kack na gut dann werde ich das niemals auf platte machen raumsuche noch keine raum gemacht doch mal nicht so eine strecke aus ich sehe die bloß nicht hier und was nehmen wir denn die strecke special stage root x die längste gerade ist 12 kilometer fischermans ranch nehmann schnee und staub für köln des okra jetzt sind wir die einfach mal hier schönes wetter zeit limit 24 stunden bis zu behindern zeit limit das heißt wie lange man brauchen darf start aus starter fällt boost was ist ein boost beim start beim perfekten start schaden ein reifenverschleiß aus treibstoffmenge aus verzögerung des rennendes rennendes überholsystem rodenhaftung benzinverwahrung mechanischer schaden windschattenstärke der leistungsbegrenzung fahrzeug automatisch zuweisen geht zum beispiel gar nicht braucht es gar nicht noch mal nur start ja aber ich habe nicht so viele autos wie du verstehst du nicht ja dann such dir dein bestes auto raus sagt mir was ist dann passe ich mich dem an ja das glaube ich dir ja ich habe doch zwölf milliarden autos wenn ich nehme einen käfer und du passt dich an mit dem bugatti was ist wenn ich einen bugatti nehme dann passt ich du an mit dem kampfjet oder was das war ein person, warte mit dem bugatti ja ne der gerade ein heliondämpchen draussen fliegt ein flugzeug vorbei direkt am tünchster steht da vor mir so jetzt wie wechsle ich auto warte mal hier ah hier garage jeder hat die aufraum erstellen habe ich doch noobs on ps4 such ihn und dann unten speichern ja such ihn ganz offen also mein bestes auto hat 290 kw ein lancia evo final die ist in dein raum id raum id raum id warte ich muss jetzt mal beitreten wahrscheinlich oder ja nein so meine raum id wo sehe ich die mo ach hier unten 0 4 7 5 4 1 6 9 8 9 1 1 6 7 1 4 2 9 8 0 aber warum gibt es denn einfach nur so ein ps4 ein geht nicht ich habe einen mein auto hat 290 kw mehr habe ich nicht ja 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 ich will es doch nur noch mal sagen es lädt doch noch erhalte halt doch jetzt mal den mauer so warte ich mach gar nichts ich muss ja ein auto wechseln für mich wieder 730 kw ok was hast du 290 90 ja 90 na gut ja 439 ist ein bisschen viel 200 200 ist ein bisschen viel äh bisschen wenig was wiegt dein auto hast du nicht dasselbe auto wie ich hast du keinen wie heißt der lancer evo final gr4 den evo ne hab ich schon noch verkauft wie du verkaufst autos für was verkaufst du autos man lancer evo final lancer evo da ist der lancer evo aber da hast du dir nicht aufgetunet oder ich glaub kannst hier gar nicht oder hier kannst du auf tunen mit drei stufen kannst du machen also ich hab ich hab und wenn dann habe ich nur gewichtsreduzierung gemacht ja toll das bringt auch schon viel ich bin jetzt rausgefahren dann war jetzt eine trainingsrunde wie autopilot hallo wo bist du mal hinter dir ja man ich seh deinen schotten siehst du hier bin noch weniger von mir wieso haben wir keinen schade keinen kontakt oder keine ahnung du hast gesagt drück jetzt einfach weiter das brauereis nicht jetzt bin ich für das schuld ich spule gleich zurück das video warte oh du solltest bremsen brems 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 ja noo wenn ich jetzt erst gebremst hätte wäre ich verratzt gewesen ja 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 ich bin im windschatten ich bin im windschatten und krieg dich nicht das gibt es nicht ich kann einfach besser fahren nein das war eine gerade du hast du hast die kurbel schon wieder scheiße genommen darum es war eine gerade ja ich bin jetzt genau hinter dir im windschatten und es passiert gar nichts du hast den aufgetunte hund nein du hast mich überholt super ey ich dachte es gibt keinen kollisionsschaden wieso habe ich jetzt doch ja scheinbar doch schau wie du mich überholst man wo denn ja du kommst schon wieder hin ja aber du hier bremsst wie so ein kalt aber nicht ey du verarscht mich doch jetzt man ich hab genau wie du nein hast du nicht schau mal wie du weg siehst wo denn ja jetzt hast du gebremst du hast mindestens 50 kW mehr wie ich nein ja logisch ich kenne mich aus mit autos nicht ich weiß nicht du bist einfach fett du bist einfach fett du bist einfach fett mehr auch schon nicht mit essen da kenne ich mich aus mit schweinsbraun sonntag mittag da hast du ja eine ganz kurze strecke ausgesucht ich komm nicht an dich ran no chance man aber jetzt sehe ich noch 278 habe ich jetzt drauf 245 ja du hast halt irgendwie was gemacht dass du nicht folgt nicht zu viel so hohes geschwindigkeit hast aber dafür mehr abzug das war unfair hey hast du nicht die etikette angehört schaut das video das ist zu lange her ja hau ab jetzt schnellere autos muss man vorbeifahren lassen Boxenrunde, wir sind in der Boxenrunde. Danke Mo. Gerne, 8,5. Was müssen wir jetzt tun? Jetzt kommt die ziehgerade. Ah, die ziehgerade kommt. Vollgerade. Ja, jetzt. Hier. Hahaha, ich mach dich kaputt. Ich fahre die Box rein. Da hab ich doch gesagt. Ja, man muss reinfahren. Ah, super weich habe ich. Reifen für rennen. Rennen, 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 rennen. Was? Was mache ich jetzt hier? Das ist auch ein Gehirn. So viel. Na, soll ich? Vollträger.